Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes. Wo? Ach, der wird dort zur Tür raus sein. Okay. Ah, hier. Bettschein. Aber sonst gibt's hier nichts mehr. Na ja. Ich wäre ja eher dafür mal hier den Gollum zu suchen. Anwaltskanzler, in Antwort auf Ihren letzten Magenbrief möchte ich Ihnen versehen, dass ich sehr bald alle ausstehenden Ratenzaunen für meine Schulden begleichen werde. Okay. Meine Liebe, ich bitte dich mir diesmal zu vertrauen, schon bald werde ich genug Geld haben. Oha. Also doch was mit dieser Company. Railway Post Bags. Das hat was mit dieser Company zu tun. Achso. Dann ist der verschwand früher. Ja. Denk ich mal. Jetzt muss ich selber kurz nachgucken. Chesterfield. Ähm. Jetzt die Frage. Billington. Das war doch das... Nee. Gut. Dann haben wir's doch schon. Der kam dort nie an. Der ist ja zwischen den Dingern hier verschwunden irgendwie. Dann kam der in Chesterfield nie an. Kam nie in Chesterfield an. Genau. Wo hat denn sich der Ene Gollum jetzt so versteckt hier? Bist du dir das sicher? Bist du dir das sicher? Bist du dir das sicher? Bist du nicht? àiг Klar Leber Bist de bien Ist D zum perfectly tief weil Du meinst, dass die ganze Blödy-Läcke ist an unsere Fee? Quite so, aber es ist strange, denn according zu meiner Map, es sollte ein Quarren hier sein, und dahin das, die Lake. Wie soll ich jetzt? Ich habe hier nur ein paar Monate vorhin. Und wo warst du vorhin? Ich war hier in Nottingham. Ich war für ein Quartier-Place, so ich habe mir hier transferiert. Life is cheaper, I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No, I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. I observe that you are a gambling man, Mr Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction. But it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Welche Kollegen. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Okay. Okay. We can fill some water road off the crashing and then gave back an area over there. Let's go. I am writing on our business. Wow. Yes, it is much energy for us. ItWatch was that safe in our business to Europe. Let's go. That it fell asleep. Now what did you know what the problem you had been wasted? packen wir mal die Badehose ein. Okay. Dann, hier sind auf jeden Fall welche langgefahren. Äh, und jetzt? Ah! Okay, dann machen wir das so hier. Okay. 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 Okay, okay. 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 Hier noch! Wo gibt es hier lang? Oh wow! Die sind nach hier weggefahren. Gehen wir jetzt mal zu der Eisenbahnweiche. Irgendwas stimmt doch nicht. Die Schwingen ist rusted, aber es funktioniert. Zur Mine. Äh, schön. Und weiter. Dann gehen wir halt mal dort hin. Aber was uns da erwartet, auch vor allem in der nächsten Folge. Bis da bleibt entspannt. Nächste Tag. Bye, bye.